Was macht ihr jetzt hier? Es ist doch Ostern, Mann! Sollen wir uns nicht lieber verstecken, Flexi? Ja, aber wo denn? Wo? Du, ist mir da hinten vielleicht an der Tür, Mann. Sag du, komm! Komm, wir verstecken uns hier in der Tür, Mann. Ja, los, los, los! Dann holen wir sie. Wenn sie jetzt vorbeiläuft, schnappen wir sie. Ist recht, Mann, Leute, hier sind wir sicher. Ich nehme eure Eier! Ich nehme eure Eier zu Ostern! Ich nehme eure Eier! Ich nehme deine Eier!